Ich muss mal gucken, also ich werde dann wahrscheinlich nachher mein Interface da mal komplett überholen. Ja. Aber jetzt erst mal aufstehen. Besser als wenn er mit dem 12-Stunden-Stream so abkackt. Wenn er im 12-Stunden-Stream kackt mir der Stream doch ständig ab. Das ist schon Religion fast. Entweder ist das Internet kurz weg oder hast du nicht gesehen. So, guten Morgen, Hühnchen. Ja, muss ich das nachher halt schon mal machen. Ja. Ich habe ja zum Glück, ich habe so ein paar Ideen schon. Dann machen wir vielleicht nur noch irgendwie... Ah, warte, wer hat gefollowed? Ah. Äh, Silio. Ach, hier. Silio, vielen Dank fürs Followen. Ich habe gar nicht gesehen, dass mein Streamlabs unter der Aufnahme war. Sorry. Dann machen wir vielleicht jetzt, äh, nur noch zwei Tage oder so. Oder die Woche. Und dann kannst du ja, dann hast du noch Zeit für dein... Ja, alles neu machen. Ja. Nein, nein, nicht alles neu machen. Dann machst du alles super schön, so wie du es dir eh vorgenommen hast. Halt jetzt ein bisschen früher schon. Super. Was mir nur halt auch mega auf die Zwiebel geht in dem Punkt, ne? Hm? Muss ich auch mal ganz kurz sagen. Die Tatsache, dass ich eigentlich, ähm, mein Pausebildschirm heute erst erneuert hatte. Ah, okay. Das ist ein bisschen schade. Also ich habe da heute erst dran rumgearbeitet. Aber dann hast du den ja gleich wieder drin eigentlich, oder? Den musste ich jetzt halt dann auch nochmal machen, also. Aber ist das nicht einfach ein Bild, oder wie? Nee, da ist ein bisschen mehr drin gewesen. Ach so. So, das hast du mit OBS sozusagen dann nochmal verschoben und so. Ja, genau. Ah, okay. Ich habe da halt nochmal ein bisschen Feinschieben gemacht. Ja, okay, das ist dann schon schade. Aber dann machst du es nochmal besser. Komm, tschakka. Müssig. Ich meine, das eigene Interface, was ich hatte für diese ganzen, für die ganzen 4 zu 3 Spiele, damit war ich ja sogar relativ zufrieden. Das muss ich ja eigentlich nur nochmal neu machen. Mhm. Jetzt habe ich total viele Haselnüsse. Wie lustig. Müssen wir mal gucken, wie ich das jetzt am besten hinkriege und wo ich die ganzen Sachen habe. Mhm. Die gute Fee hat echt viel gemacht heute Nacht. Das ist auf einmal alles hier explodiert. Den Mais brauche ich. Da kann ich nämlich nochmal was voll machen. Das nehme ich auch lieber nochmal mit. Ganz vergessen. Abigail. Und... Abigail! Back to the limits. Ein Zug fährt durch das Sternentautal? Hoch? Sollen wir hochlaufen? Wo hast du das denn gehört? Äh, hast du es nicht gehört? Äh, nee. Und da unten stand es auch, dass ein Zug gerade hier durchfährt. Nee, bei mir... Bei mir ist gerade das... Es ist sowieso ein Mittwoch. Ich kann gar nicht zu Abby. Darfst du jetzt nicht mal... Darfst du nicht zu ihr? Nee. Oh, ich dachte, du darfst vielleicht. Äh, wo geht's? Geht's hier hoch? Ich will zu dem Zug. Jetzt habe ich eh nichts Besseres zu tun. Ich meine, aber gut. Jetzt, wo wir ja... So viel Geld haben, sage ich jetzt mal. Ja. Kann ich einfach schon mal gucken, ob ich bei mir die Küche irgendwie baue. Ah, hier. Aber dafür brauchte ich Holz, ne? Jetzt Katze! Nicht im Weg sitzen! Ja, da braucht man richtig viel Holz. Also du kannst eigentlich Holzfäller spielen. Ich höre hier einen Zug, aber ich... Ich bin gerade hoch, weil... Der fährt ja wenn dann oben auf den Gleisen, oder? Da ist doch ein Bahnhof. Wieso sollte das sonst da stehen? Nee. Aber hier... Ah! Was war das? Okay, das hat nicht so funktioniert, wie es mir vorgestellt hat. Hilfe! Hier ist irgendwie gerade ein Blitz eingeschlagen. Äh, nee. Das war eine Bombe. So was ähnliches. Boah, das warst du. Natürlich war ich das. Ich wusste nicht, dass du hier oben bist. Kennst du noch andere Bombenleger? Äh, Holz... Nee, eigentlich nicht. Hast recht. Wie viel Holz brauchen wir noch mehr? Aber ich habe hier oben einen Zug erwartet. Und nicht das. Ja, ich auch. Ja, aber da oben ist so ein komisches Fragezeichen-Ding gewesen. Das habe ich dumm angeguckt. Das habe ich versucht zu sprengen. Ich weiß, was du meinst. Diese komische Statue, ne? Ja. Äh. Ja, stimmt. Es ist Mittwoch. Sie ist abends am Friedhof. Weil ich grab jetzt hier gerade mal so alles an Holz, was hier ist. Jetzt hört man den Zug, aber auch nicht mehr. Ja. Aber du hast ihn auch nicht gesehen, oder? Nee. Hm. Schade, schade. So, dann schauen wir mal, wo der Sam ist. Mein Gott, das war vielleicht, äh, ein komisches Festival, was die da hatten. Da ist ja viel mehr passiert, als wir eigentlich dachten. Schuhschmörn ist fast ertrunken. I am drowned. Äh, der Zug heilst über die Maraden rum und verliert ab und zu mal Zeug von den Wägen. Ah. Interessant. Eine Freundin von mir hat einen Laden in der Wüste. Wenn du mal dort bist, richte ihr schöne Grüße von mir aus. Aha. Weißt du eigentlich, wie teuer das ist? Dafür müssen wir den Tresor ausbauen. Der ist scheißen teuer. Wo ist denn der Sam schon wieder hin? Nee, keine Sauna heute. Wer rennt denn da? Das bin ich. Der Peefloor. Auf einmal fetzt da einer rum. Mr. Peefman. Ja. So, warte mal. Hier war das, ne? Mit der Küche? Oder? Nee, oben. Oben? Oben, ja. Hier oben, der Laden? Oben, ja. Bei der Mine. Der Laden. Ach, stimmt ja. Ah, fuck. Ich falsch. Acht roten Schleime erledigen. Okay. Schlimmes rote Schleime siehst du sogar relativ selten. Ach, echt? Ich zumindest. Ich sehe sie häufiger, aber sie... Du sollst sie erlegen, ne? Ja gut, das geht ja noch. Ah, hier ist der Sam. Hoffentlich schlafen wir es noch. Wie lange hat der Laden auf? Welcher? 16 Uhr. Ach so, äh, 18 Uhr. Okay, gut. Bin mir nicht sicher, aber... Ich glaube. Kriegen wir es schon hinten. Let's do this. So, ich habe dem Sam jetzt noch ein zweites Geschenk mal gemacht. Ich glaube, wenn ich den Sam heirate, dann arbeitet er mit mir auf dem Hof zusammen, wenn ich der Wahrsagerin glauben darf. Und dann kündigt er nämlich im Joja-Markt und dann haben sie wieder einen weniger. Das wäre perfekt. Also, das ist... Auch wenn ich ihn nicht mögen würde, das ist die beste Sache, die ich überhaupt machen kann. Brauchst du etwas? Was? Laden. Ach so, äh, oha. Ja, eine Menge Zeug. Ähm. Brauchst du was? Bitte aufwerten. Hofgebäude. Ne, Hütte. Hüte. Hüte, Hüte. Hüte, Hüte. Es wird dich 10.000 kosten. Und du musst mir 450 Stücke... 450? Ich habe 70. Du musstest 70 nur? Wieso muss ich so viel? Nein, ich habe 70 für dich. Ach so. Ich habe 57. Ich musste auch so viel. Deswegen hat das ja so lange gedauert. Äh. Ich habe doch gesagt, du brauchst da viel Holz. Besser wäre aber, wenn wir Kühe hätten. Was kostet denn der Stall für eine Kuh? Kann ich nicht fragen. Der Laden hat auf einmal jetzt zu. Toll. Ich meine dir jetzt bewusst. 17 Uhr. Wenn ich Abby heirate, ne? Ich meine, es kann gut sein, dass das Spiel dann denkt, dass mir auf einmal das große Haus gehört. Oh. Aber okay, wenn das der Fall sein sollte, ne? Dann werde ich zusehen, dass das andere Haus auch ausgebaut wird. Ja. Da werde ich dafür sorgen, dass ich das irgendwie möglichst schnell hinkriege. Ich habe mich doch so schön eingerichtet. Das wäre ja voll traurig. Wir können das ja so machen. Dann tauschen wir dann Häuser. Sofern das so... Ich weiß ja nicht. Ja, das Inventar oder keine... Ach, schauen wir einfach mal. Ich bin ganz arg. Das dauert eh noch, bis du da deinen komischen Meerjungfrauenring hast. Ne, das ist so... Nicht? Ich glaube nicht, dass Geld mein Problem ist. 5.000 kostet der. Nein, du musst ihn doch finden. Ach so, ich dachte, du musst ihn doch finden. Ne, dafür muss dieser Penner ja mal am Strand auftauchen. Aber der taucht ja angeblich nur auf, wenn es regnet. Ah, okay. Dann schau halt mal einen Wetterbericht. Vielleicht regnet es ja morgen. Oh, ja. Ich kann ein Bündel fertig machen. Oh, das ist gut. Oh, Abby ist da. Wesens etwas. Kannst du dieses Jahr Kürbis auf dem Hof fahren? Nicht mehr ein paar zurück. Ja, we already did. Ja, ich habe noch drei oder so. Kann man ihr auch geben. Aber das ist gerade etwas... Ich würde das einfach nur gerne verstehen können, warum sich mein PC denkt so... Hä, wo habe ich den Reis? Oh nein, ich habe das unten im Haus vergessen. Ich meine... Okay, ich habe jetzt eine Idee, weswegen das sein könnte. Wieso? Meine Vermutung jetzt ist, dass... Warte mal, Kieferzapfen. Kann man das nicht pflanzen für Bäume? Ja, ne? Ja, kann man. Ja. Ich dürfte schon wieder immer ab. Was würde ich sagen? Deine Vermutung. Warum alles abgekackt ist gerade. Ach so, ja. Ja, ähm, dass als er denn neu gestartet hat, dass das Ganze denn zu einem Update geführt hat, was ich immer verweigert habe. Oh, wie lange schon? Lange. Ja, das liegt daran. Das hatte ich nämlich auch, das Update, wo dann alles weg war. Das ist aber schon länger her. Aber wenn du sagst, das ist bei dir auch schon länger her. Dann wundert es mich nicht. So. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit nach oben und schau mal, was ich da noch... Okay, perfekt. Hoffen wir, dass es in den Herbst noch regnet. Winter regnet es nämlich nicht. Oh, dann kannst du sie im Winter gar nicht heiraten. Nur immer meine Leiche. Es geht aber ganz schön schnell bei euch, muss ich schon sagen. Grat zusammengekommen, schon Hochzeit. Naja, du darfst nicht vergessen, hier geht die Zeit anders. Hier läuft die Zeit anders, ja, stimmt. Ich hol's ja mal hinten so ein bisschen ab. Ich meine, hier hinten wächst sowieso tonnenweise Gras. Ja, aber nicht so viel Holz, also nicht so viele Bäume. Ach, guck mal, hier ist wieder so ein lila Pilz in unserer Pilzpumpe. Ja, den brauchen wir, den brauchen wir. Ja, ja, den behalte ich denen jetzt auch. Ich meine, ich habe den anderen genauso behalten. Ja, ja, ich weiß. Ich bin nur gerade genau in dem Menü gewesen, wo der hin muss. Ich habe ihn nur halt genau woanders hingepackt. Ist ja nicht schlimm. Da muss es auch rein, irgendwann. Passt. Sieben Kiefernzapfen, das heißt, ich werde... Oh, ich hätte die Blaubeere nicht verkaufen sollen. Die muss hier rein. Ach, shit. Ich werde denn also morgen mal neue Bäume pflanzen. Muss ich die denn auch gießen? Ich glaube nicht. Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Melone und Pastinake habe ich nicht. So, ich schmeiß es nicht hin. Ich glaube nicht. Okay. Ich auch gleich. Da gehe ich nämlich morgen unten in den Wald und werde mal ein paar neue Dings pflanzen. Wo nehmen wir denn ein Entenei her? Es wird spät. Mist, da habe ich nicht genug. Zehn Heu und ein Apfel. Wo kriege ich denn einen Apfel her? Soll ich einen Apfelbaum machen oder wie? Äh, keine Ahnung. Könnte ich eigentlich mal machen. Apfelbaum, warum nicht? Ach, Sonnenblume muss hier oben noch rein. Okay. Gut. Ich gehe mal heim. Ich gehe mal heim. Das ist ja irgendwie ungewohnt. Das ist, dass ich hier nicht mehr meine 10.000 Zähnen aufhabe. Das ist sicher komisch, ne? Wir haben auch Epilepsie-Donkey nicht mehr. Leute, wir haben Epilepsie-Donkey nicht mehr. Das ist ja wie wenn ich meine Katze nicht mehr hätte. Ich meine gut, niemand mochte Epilepsie-Donkey, also so ist es nicht. Ach so. Wer ist denn Epilepsie-Donkey? Es ist Donkey Kong, der so schnell über den Bildschirm fetzt, dass es bei einigen schon nicht mehr gesund war. Okay. Lustig. Es war ein Experiment. Ah. It did go wrong. Aber du wolltest ihn trotzdem behalten. Für Fälle. Für Situation. Ja, manchmal kann nicht schaden. Wir haben 19.000, Alter. Wir haben so viel Geld. So, ich gehe einmal unten in den Wald, werde Bäume pflanzen. Wieso kommen hier unten, äh, Brett? Hm? Warum kommen hier unten bei deinem Feld so komische Sachen aus dem Boden? Was? So eine gemischte, da waren Eicheln und hast du nicht gesehen alles. Das sah auch voll merkwürdig aus, die Mischung. Äh, ich glaube, das war so eine bunte Mischung, die ich halt noch habe. Ich schaue gleich. Ist das überhaupt hier? Oh, Mais. Wo ist denn meine Sonnenblume? Oder habe ich die? Na, die habe ich ja gar nicht mehr. Die hatte ich ja nur im Sommer. Vielleicht kann hier auch so Bäume gerade fällen. So, so, so. Vier Eier. Achso, ich muss die einfach... Was? Ungünstige Position. Du musst, glaube ich, acht Felder oder so freilassen dann. Also nicht zu nah. Also ich weiß nicht, vielleicht zählt das auch nur für Obstbäume, aber ich habe sowas mal gelesen. Ich gucke da gleich mal. Kann auch sein, dass ich jetzt Quatsch geredet habe. Guck einfach mal. Oh ja, hier ist ganz viel. Bunte Saat. Haselnüsse. Pilze. Toll. Ach, das macht so Spaß. Ich meine, ich kann hier auch so jetzt einiges an Bäumen fällen. So ist es nicht. Ich würde halt gerne neue pflanzen schon mal. Meine Metall ist schon voll. Das Ding mit den Affeldern ist für Obstbäume, ja. Aber wie kann ich denn normale Bäume pflanzen? Ah, das ist nur für Obstbäume, okay. Oder brauche ich dafür die... Muss ich dafür die Eichel nehmen? Das sagt ja ungünstige Position. Was ist, wenn ich jetzt einfach hier wieder... Da, wo der war? Ich muss noch Mayonnaise machen. Ich kann das Feld ja auch nicht umpflügen. Acht Felder. Wie sie halt einfach die Eier komplett da reinhaut, ne? Mit der Schale. Alles rein für die Mayonnaise. Perfekt. Muss nur hier... Viel Calcium. Ja, man muss hier... Dach mal so ein Unkrautbuch haben. Ah, ach so. Nur auf dem eigenen Hof kann ich eigene Bäume pflanzen. Aha. Ja, und da ist ja nicht so viel Platz, gell? Weil so viel Wasser... Ach, warte. Ich gucke, dass ich das irgendwie hinkriege. Okay. Ich suche mir da schon Plätzchen. Ich rode jetzt gerade nur erstmal den Wald hier. Ja. Oh, perfekt. Kiefernteer. Den brauchen wir auch für... Weil hier sind auf einmal wieder ziemlich viele Bäume. Nur die Kiefer nicht hier abholzen. Da hängt nämlich das... Äh, der Hahn dran. Der Zapfhahn. Äh, da wo der Zapfhahn dran ist, da geh ich ja gar nicht bei. Gut. Perfekt. Das weiß ich ja. Da geh ich gar nicht bei. Ja, aber es gibt drei Bäume mit Zapfhähnen auf der... Auf dem Grundstück. Deswegen. Das wird einer dieser Tage, wo ich sogar tatsächlich kaputt bin, wahrscheinlich am Ende des Tages. Ich glaube, dass ich da noch ein paar Brombeeren nicht essen kann. Ich schaue mal kurz, ob ich uns einen Stall bauen kann für Kühe. Ja, mal gucken, wie teuer das ist. Genau. Weil die... Das wäre gerade wichtiger. Dann könnten wir noch mehr machen und dann könntest du die Küche machen. Das braucht ja eh noch Zeit, bis du da das ganze Holz zusammen hast. Sag das nicht. Ich habe ja schon 300. Ach, okay. Ich bewege mich hier gerade wie so ein Schredder durch den Wald, also... Demetrius steht im Weg. Geh weg. Ich habe eine Haselnuss vom Baum gekriegt. Echt? Brauche ich das hier nicht? Ungünstige Position. Okay. Dann darf man offenbar hier so echt nicht pflanzen. 350 Holz und 150 Stein und 6000 Gold. Sollen wir das zuerst machen? 6000 Gold ist ja Pille-Palle. Ja, sollen wir das zuerst machen? Ich hätte so gerne Kuh. Ja, gut. Yay. Also Holz... Ich habe jetzt 350. Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Dann brauchen wir noch Steine. Na gut. Yay. Voll cool. Ich meine, aktuell Geld ist nicht unser Problem, also... Ja, eher halt die anderen Sachen. Steine und Holz. Luft und Liebe. Wie sollen wir unsere Kuh nennen? Chat? Haut was raus. Sigi. Sigi. Bertha. Bertha ist so ein richtiger Kuhname einfach. Tut mir leid für jede Bertha, die gerade zusieht. Ja, aber ich verbinde Bertha mit Kuh. Also... Nicht beleidigend gemeint. So, jetzt ist es einfach der perfekte Kuhname. Da komme ich jetzt nicht mehr raus aus der Nummer, ne? Ne, nicht wirklich. Ähm... Ich pflanze einfach mal willkürlich hier auf unserem Hof Bäume. Bringst du mir schnell das Holz? Wir müssen das nämlich machen, bevor der Laden zu hat. Ich packe auch hier zu Operndings. Äh, ja, warte. Ich stehe hier oben bei der Kiste. Ja, warte. Ich lege auf dem Weg noch ein paar Links. Wie viele Steine habe ich gesagt? Ach, aber hier ist genügend. Okay, passt. So. Äh, hier. Ja, nicht verkaufen. Ne, ne. So. Ingrid. Ingrid ist auch gut. Dankeschön. Äh, da. Aber ich glaube... Wofür behalte ich denn mal, damit wir wieder mehr Bäume pflanzen können zur Not? Ich habe aber auch noch nie eine Berta kennengelernt. Also eine Mensch-Berta. Auch nicht. Nur schon mal eine Kuh-Berta. Oh, warte mal. Ne, Ahornsamen können wir ja auch für später aufheben. Jede Berta möge es mir verzeihen. Jetzt hast du den Zorn der Berta auf dich gezogen. Ich glaube auch. Dabei haben wir so... Ich sehe jetzt, wir haben so viele Zapfen und alles. Hä? Wir haben 38 Kiefernzapfen. Wir hätten also nur immer mal wieder Bäume pflanzen müssen. Ach so. Es hätte sich ja also nur mal jemand dazu bequemen müssen, von uns sie einfach zu pflanzen. Oh Mann. Wir können sogar auch schon eine Mühle bauen. Boah, was wir alles bauen können. Eine Mühle? Einen Pferdestall können wir auch schon. Aber jetzt erst mal einen Stall bauen. Hi. Ah, wo tun wir den dann hin? Vielleicht in die Nähe von dem Stall irgendwie? Gar nicht, weil so viel Platz irgendwie hier. Ich habe hier, was mir jetzt gerade mal so nebenbei einfällt. Ich lasse jetzt auch meine Aufnahme gleich mitlaufen. Ist mir gerade zu doof. Zumal ich nicht weiß, ob die Einstellungen überhaupt dann richtig wären. Ja. Aber ich hatte schon so ein Beta-Design, sag ich mal. Also so ein Beta 2.0 Design-Dings-Idee. Muss ich halt nochmal gucken. Weil ich, was man mir halt immer wieder gesagt hat, beziehungsweise was ich häufig gehört habe. Oh, warum ist denn das nicht 16 zu 9? Nein, das ist so gequetscht. Und ich sitze da und denke mir so, ja, aber... Ja, aber. Ne? So wie es ist, ja, aber. Ja, aber. Hat mich in der Regel nie wirklich groß interessiert. Aber jetzt irgendwann fängt es an, dann loszulegen. Der eine Stein ist im Weg. Bist du gerade bei uns am Hof? Gleich. Das dauert zu lange. Ich sehe gerade, wo du bist. Der eine Stein muss hier weg. Ich kann deswegen nicht bauen. Herbstfülle. Kochen. Was ist das? Essen. So was... Okay, du kommst, glaube ich, nicht. Du bist, glaube ich, abgelenkt. Okay, ich schaue, ob ich es woanders hin bauen kann. Oh Gott. Ja, ich bin auf dem Weg. Was brauchst du denn? Ach, hier liegt alles im Weg. Hier liegen irgendwelche Steine. Also hier habe ich vorhin extra leer gemacht. Und jetzt liegen da lauter Sachen auf dem Boden. Und deswegen kann ich da nicht bauen. Ja, warte, ich kümmere mich drum. Und dann liegen da irgendwelche Steine. Ich habe mir Idee. Und wir haben nirgendwo Platz für jetzt, für die Kühe. Ja, warte, ich habe eine Idee. Ich habe einen Plan. The man with a plan. Is on the way. Ich kann es hier hin bauen, theoretisch. Hey, Simon. Aber das gefällt mir nicht. Also wenn du gleich runter gehst, die erste, dann ist da so ein Stein. Vielleicht kannst du den weghauen. Da ist die Fackel auch. Rechts von den... Ja, ja, den Stein da. Hau den mal weg, bitte. Gegen hier? Ja. Und die Fackel auch wegtun, bitte. Weg, Gese. Dankeschön. Ich meine, ich hatte noch ein... Wow. Ich meine, willst du mal meinen Plan B sehen? Äh, jetzt sehe ich es aber nicht mehr. Ach so, schade. Ja, warte, ich muss runterkommen, damit ich sehe. Ich hätte sonst einen Plan B gehabt. Was wäre denn Plan B gewesen? Oh, Plan B ist schön. Muss man das sehen? Ja, Plan B ist immer eine relativ nice Option. Ich komme. Weil du... Man kennt mich ja. Ich gehe meistens nicht ohne Option B aus dem Haus. Aus dem Haus schon? Ja, ja. Also jeden Morgen. Überlegst du dir Plan B. Ja, genau. Für alles Plan B. Herbstfülle. Das ist ein voll gutes Nahrungsmittel. So. Ich bin da. Was ist denn Plan B? Ja, Plan B ist wie folgt. Also wäre jetzt hier noch ein großes Problem gewesen, was ich nicht hätte wegspitzhacken können. Wegspitzhacken? Ah ja. Plan B. Okay. Die Bombe. Alles klar. So, warte mal. Der Tag ist ja noch. Der Abend ist ja noch jung. Ein bisschen haben wir noch, ja. Ja, ich kann noch mal kurz was gucken. Weil... Ah, warte mal. Hier Eisenbarren. Ähm... Ich brauchte doch das für irgendwas. Batman. Ne, doch nicht. Ne, ich hol mich lieber aus. Meine Energie ist nämlich ziemlich low vom ganzen Gehacke. Vom ganzen Gehacke. Ja, so Holzhacken, Steinhacken, das kostet ja am meisten Energie von allem. Hm. Ich brauch noch ein Tor. Deswegen... Ei, 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 ei. Mal schauen, ob das dann so passt. Aber... Warte mal. Ich hab's jetzt erst mal so gemacht. Und dann können wir noch mal gucken. Lieblingsschwein für Neuigkeiten. Wettervorsage für morgen. Es wird wolkig mit Windböen. Mit Aussicht auf Fleischbällchen. Mit Aussicht auf Fackbällchen. So. Soll man dann Schluss machen für heute? Soll aber? Soll man mal. Du bist... Du musst... Du musst ja jetzt auch noch ein bisschen was machen, gell? Ja. Mensch, ich wollte eigentlich... Oh. Sammelnstufe 5. Oh. Kräste. Sehr cool. Holz ist 50% mehr wert. Ja, aber ich will ja mein Holz nicht verkaufen. Ja, eben. Das hab ich mir ja eben auch gedacht. Ich hab bestimmt auch wahrscheinlich keine Tröcke, sondern die Gegenstände verdoppelt. Die sind immer noch besser. Ich verkaufe ja mein Holz nicht. So viel haben wir davon nicht. Ja, genau. Deswegen hab ich auch das andere vorhin genommen. Das ist ja genau das. Ah, die Haselnüsse. Easy. Ja. Ja. Ich... 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 Ich denke, dann mach mal für heute Schluss. Dann... Ja. Dann ja. Passt das und dann hast du noch Zeit, da alles wieder herzurichten. Deine Szenen. Ich werd wahrscheinlich jetzt gleich mal was kochen sowieso. Muss auch mal sein. Und dann werd ich wahrscheinlich den restlichen Abend damit zubringen, meine OBS-Tüter herzurichten. Das tut mir echt leid für dich. Das ist voll doof. Das ist richtig. Ich würd's gerne mal verstehen, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich eine andere Version hab. Ich glaub nämlich nicht. Ach so. Dann aktualisier's doch mal. Dann aktualisier's jetzt mal. Vielleicht hast du dann auf einmal wieder alles. Wie aktualisieren? OBS. Ach so, Update oder wie? Ja. Ja, das muss ich gleich mal gucken. Das wär noch ne Idee. Na gut. Ich versuch's gleich mal. Aber für YouTube schon mal, äh, wie immer. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aber erstmal, äh, musst du ja speichern.